Hi Freunde und herzlich willkommen, hier war ArchieGaming, Flo wieder am Start. Heute gibt es eine weitere Squad Building Challenge, wir wollen uns heute gemeinsam um die Amin Arid SPC kümmern. Da heißt es einmal, hol dir den Bundesliga-Spieler des Monats September, Amin Arid. 24 Tage ist der SPC noch verbleiben, sie ist rausgekommen am Freitag. Ja, zeitgleich zur Ultimate Scream Promo, als die angefangen hat. Und ihr habt es euch gewünscht, ich soll ein separates Video nochmal zu ihm machen. Hier ist es endlich und ja, falls euch das Ganze jetzt schon wieder gefällt, ja, dass ich dieses Video doch noch für euch aufnehme, dann zerstört doch schon mal gerne den Like-Button. 300 Likes gebe ich heute wieder jetzt hier raus und falls ihr neu seid und an SPCs generell in FIFA 20 interessiert seid, ja, dann lasst doch gerne auf jeden Fall auf kostenfreier Basis ein Abo da, gerne auch die Glocke aktivieren. Ja, und jetzt geht es ganz, ganz wichtig darum und zwar, dass ihr auch kommentiert. Einmal oben rechts könnt ihr jetzt abstimmen, ob sich die SPC lohnt, ja oder nein. Genau das ist die Frage, um die wir uns heute kümmern. Und zwar, wir stellen uns die Frage, lohnt sich die Amin Harit SBC, ja oder nein? Ihr könnt oben rechts jetzt einmal abstimmen, ja, ob sich die SPC lohnt, ja oder nein. Und wenn ihr entweder sagt, jo, die SPC lohnt sich, dann schreibt mir gerne mal eure Begründung in die Kommentare. Aber auch wenn ihr sagt, hey, die SPC lohnt sich nicht und ihr nein ankreuzt, dann schreibt mir gerne eure Begründung auch gerne in die Kommentare. Vielleicht seht ihr jetzt auch schon im Titel, ich bin eher negativ zu dieser SPC eingestellt, muss ich ganz klar sagen, wieso das genau so ist und ja, warum ihr Amin Harit lieber nicht abschließen solltet, sondern ich euch auch eine Alternative mit an die Hand gebe. Das werde ich euch heute hier in diesem Video gerne mitteilen. Und damit würde ich sagen, starten wir rein. Also, was ist schon mal positiv? Natürlich, dass wir hier 24 Tage verbleibend haben. Für übrigens die, die neu sind und noch nichts mit dem Format anfangen zu wissen, kurze Erklärung, wir gehen gleich rein in die SPC. Ich zeige euch auch eine Lösung, falls ihr Bock habt, das Ganze 1 zu 1 nachzubauen. So könntet ihr die SPC natürlich trotzdem abschließen. Ich zeige euch eine Alternative zu Amin Harit. Wir schauen uns die Karte mal an. Was kann sie eigentlich hergeben? Und was kostet die SPC? Ja, auch eine ganz, ganz große Frage. Also, wir sehen schon mal, was positiv ist. 24 Tage ist die SPC verbleibend. Ich weiß nicht ganz genau, wann dieses Video hier online kommt. Wahrscheinlich ist sie dann nur noch 23 oder 22 Tage verbleibend. Aber generell positiv zu erwähnen ist auf jeden Fall schon mal, dass wir genug Zeit haben für die Squad-Building-Challenge. Was ich ja zum Beispiel bei der Bastian-Schweinsteiger SPC, die jetzt hier gerade noch einen Tag verfügbar ist, negativ erwähnt habe zum Beispiel. Die war nur eine Woche verfügbar. Das fand ich zum Beispiel eher schlecht. Ja, gehen wir zu der Karte. Und das ist die 86er ZOM-Karte von Harit. Mit 90 Tempo, 76er Schuss, 83er passen, Dribbling 88, 52er Lev und 55er Physis. Was schon mal vorneweg positiv auffällt, ist natürlich das Tempo, was bei 90 liegt und das 88er Dribbling. Das ist schon mal positiv zu erwähnen. Gehen wir direkt mal weiter auf den Preis ein. Und auf der Playstation kostet Harit 60.000 Münzen, auf der Xbox 65.000 Münzen und am PC 70.000 Münzen. Fangen wir an mit der Karte erst mal selbst, bevor wir reingehen in die SPC. Und ja, da sind wir natürlich schon mal erst 1,80 groß. Hochmittel sind seine Arbeitsraten. Die finde ich auf jeden Fall schon mal sehr, sehr gut. Rechts ist dann sein starker Fuß. Okay, muss man sich halt dran gewöhnen. Entweder sein Linksfuß oder Rechtsfuß. Man weiß Bescheid, er ist Rechtsfuß und fertig ist das Ganze. Schwacher Fuß, dann drei Sterne. Und wir haben natürlich, was ganz, ganz positiv ist, gerade für die Skiller da draußen, Spezialbewegung. Fünf Sterne Spezialbewegung. Die Fünf-Sterne-Skills sind am Start bei ihm. Und ja, das wird den einen oder anderen Skiller auf jeden Fall freuen. In Bezug auf Bundesliga und ZOM, da kommen wir direkt mal weiter zum nächsten. Er kommt aus der Bundesliga und seine Position ist ZOM. Gibt es natürlich nicht viele Möglichkeiten in der Bundesliga, gerade auf der ZOM-Position. Aber da diese SPC am Freitag gedroppt worden ist, ist tatsächlich am gleichen Tag als die Ultimate Screen Promo eine gute Alternative zu Amin Harit direkt parallel zu ihm rausgekommen. Die werde ich euch mal gleich präsentieren. Vorher wollen wir aber erstmal jetzt zu den Attributdetails gehen. Und ja, da gehen wir uns das Ganze jetzt erstmal kurz durch. Tempo ist am Start mit 94er Antritt, was positiv zu erwähnen ist. Spritgeschwindigkeit leider nur bei 85. Ja, würde ich gerne auch geboostet haben. Aber Tempomäßig passt da natürlich gerade zu dieser FIFA 20 Meter rein. Schuss, muss ich sagen, bin ich ein bisschen enttäuscht. Stellungsspiel 88, ganz klar positiv. Abschluss hätte ich mir mehr gewünscht, gerade auch bei der Schusskraft. Fernschüsse, Volleyes, Elfmeter, müsste man je nachdem auch boosten. Meine Meinung zum Schuss. Gerade als ZOM, meiner Meinung nach, müsste das ein bisschen besser sein für diese Karte, für den Preis, den wir für die Karte hinlegen müssen. Passspiel, Übersicht bei 87, Top, kurzer Pass bei 86, langer Pass bei 84. Das sind die wichtigen Stats. Flanken kann er nicht, aber wenn er zentral natürlich wirkt, reicht das komplett aus. Also außen quasi ingame starten in der Zentrale und dann nach außen stellen mit dem Tempo. Wäre meiner Meinung nach nicht möglich, weil das Flanken, bzw. der Flankenwert nur bei 75 ist, ist für meiner Meinung nach ein bisschen zu niedrig. Dann kommen wir zum Dribbling. Das ist auch eine positive, ja, auf jeden Fall eines seiner positiven Seiten. Beweglichkeit bei 94, Balance bei 84, generell Dribbling bei 91 und komplett bis auf eine Ruhe-Stats vielleicht. Alles eigentlich ganz, ganz ordentlich und kann man auf jeden Fall mitarbeiten. Und dann kommen wir zum Negativen nochmal. Die Ausdauer leider nur bei 78. Eure Meinung jetzt gehen wir mal in die Kommentare. Reicht 78 Ausdauer, gerade für eine zentrale Karte? Was ist da eure Meinung? Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Und sonst generell, Stärke nur bei 41. Er wird sich wahrscheinlich ganz, ganz schnell, ja, wenn er angegriffen wird von der Defensive von den Innenverteidigern, wird er wahrscheinlich hinfallen. Viele Fouls vielleicht rausholen. Oder natürlich, wenn das Tackle erfolgreich war von dem jeweiligen Gegner, eben halt keinen Freistoß rausholen und direkt einfach nur den Ball verlieren. Also da die Defensive von Physis ist bei mir, finde ich ein bisschen zu schwach mit 52 und nur 55 Physis. Ja, finde ich ein bisschen kritisch, auch wenn es ein ZOM ist. Trotzdem, meiner Meinung nach, braucht er ein bisschen Körper. Und gut, er ist 1,80, aber irgendwie gefühlt fällt er dann ja aufgrund der Stats halt direkt auf den Boden. Das ist so mein erster Eindruck zu den Stats. Ja, und dann kommen wir zur SPC Amina Ried. Was kostet der gute Mann? Ich habe es preislich schon gesagt, aber jetzt gehen wir rein in die Squad Building Challenge. Und wir sehen, einmal direkt unter mir könnt ihr das jetzt sehen, bevor wir reingehen in die Lösung. Bundesligaspieler müssen wir mindestens einen abgeben. Teamgesamtwertung, eine mindestens 85, also 85er Grades in den Squad, den wir hier abgeben müssen. Eine Teamschmie von mindestens 70, 76 haben wir jetzt hier erreicht. Und Einzahl der Spieler im Team sind 11. Also, ihr könnt das Ganze jetzt so 1 zu 1 nachbauen, wenn ihr Bock habt. Wir gehen kurz das Ganze einmal durch. Das ist zum einen dann ein Handanovic im Tor als 88er Grades in der Karte. Buffon als 83er, Bonucci als 86er, wir haben De Vrij am Start als 84er, Pavlenka dann als Bundesligaspieler, 84er Karte hier am Start. Da könnt ihr natürlich auch eine andere 84er Karte nehmen. Ist natürlich kein großes Problem. Ist jetzt nur ein Beispiel hier mit Pavlenka. Dann geht es weiter mit Fabian, 83er Grades in den Squad. Lukas Lever im ZDM, dann wieder mit dem 84er, Luis Alberto. Und dann geht es weiter mit der Offensive. Einmal Jose Calajon, der über die rechte Seite kommt, ebenfalls 84er Grades in den Higuain als 85er Stürmer. Und dann haben wir noch Mandzukic als ebenfalls 84er Grades in der Karte. Ja, also das ist jetzt hier ein möglicher Squad, den ihr abgeben könnt. Ihr müsst nicht exakt diese Lösung reinballern. Einige haben das tatsächlich schon mal in die Kommentare geschrieben, dass sie nur diese eine Lösung abgeben müssen, um Amin Harit zu bekommen. Das ist natürlich nicht der Fall. Ja, ganz, ganz klar. So, und hier haben wir hier nochmal Amin Harit, die 86er Karte. Und ja, die werden wir gleich nochmal vergleichen mit den anderen Harit Karten. Aber ich habe es euch eben schon gesagt, ich habe auch eine Alternative, die ich euch anbieten kann. Und die möchte ich euch jetzt direkt mal zeigen. Und zwar ist es folgendermaßen, dass wir da ebenfalls ein ZOM oder Offensivmann aus der Bundesliga haben. Und ich habe schon gesagt, der ist am Freitag ebenfalls rausgekommen. Und das ist Savica, Scream. Ich habe jetzt hier den im Verein. Wir müssen natürlich Dreamsquot-Spieler einstellen. Und das ist die 85er ZOM-Karte, ebenfalls halt auch aus der Bundesliga. Ein bisschen kleiner ist er mit 1,77. Er hat vier Sterne anstatt drei Sterne. Schwacher Fuß, Spezialbewegungen auch nur drei. Meiner Meinung nach reichen aber drei Sterne Spezialbewegungen, drei Sterne Skills. Auf jeden Fall aus bei diesem FIFA. Fünf Sterne Skills, gerade für Skiller für euch da draußen. Natürlich ist ein Harit dann natürlich immer noch mehr wert. Aber Savica, großer Vorteil ist natürlich, dass er tradable ist im Vergleich zu Harit. Und genau deshalb kann ich euch nur sehr, sehr ans Herz legen, einfach mal Savica zu testen. Der kostet auf dem Transfermarkt gute 80.000 Münzen. Und falls ihr keinen Bock mehr auf den habt, auf Savica, könnt ihr den halt verkaufen. Und gut ist, ja. Aminarit, wenn ihr den abschließt, den könnt ihr halt eben nur noch in der SBC-Banner als 86er-Karte. Und mehr könnt ihr halt nicht mit ihm machen. Sonst wird er für immer bei euch im Verein bleiben. Also das auf jeden Fall schon mal dazu. Hoch, hoch sind dann seine Arbeitsraten. Kann man mir klarkommen. Ich muss sagen, mit Savica habe ich gute Erfahrungen gemacht. Auch letztes FIFA hat er mir immer gut gefallen. Ein genereller Allrounder. Wenn wir uns mal kurz die Stats anschauen und im Vergleich mit Harit, sehen wir schon mal die Ausdauer. Die natürlich hier viel, viel mehr am Start ist. Bei 86 Ausdauer. Was mir persönlich gefällt, ist die Defensive bei 83. Physis bei 79. Das heißt, er hat auch Körper, was er einsetzen kann. Dribbling, 88 zu 82. Aber immer noch im dunklen grünen Bereich. Und Reaction ist halt hier plus 10 bei Savica am Start. Und Dribbling wiederum bei Harit. Aber als Five-Star-Skiller auch kein Wunder. Passspiel ist dann bei 88 bei Savica im Vergleich zu 83. Passspiel bei Harit. Da seht ihr nochmal hier den Vergleich. Und der Schuss ist gerade bei Schusskraft natürlich auch viel, viel besser im Vergleich zu Harit. Und ja gut, der Elfmeter ist halt was schlechter. Aber das ist überhaupt kein Problem. Und dann haben wir natürlich das Tempo am Start. 76. Also das ist wirklich nur eine zentrale Karte. Harit könnte man theoretisch mit dem Tempo noch auf außen spielen. Aber dann wiederum nicht wegen den Flankenwerten meiner Meinung nach. Ja. Und Savica, wie gesagt, sehr, sehr zentral. Trotzdem hat der Tempo. Kann man auch noch boosten. 77er Antritt. Und die Geschwindigkeit liegt bei 74. Mit einem Hunter. Ja, oder generell ein Tempo-Boost. Auf jeden Fall sehr, sehr gut möglich. Und wie gesagt, sie ist tradable. Ja. Ich würde sagen, meine Empfehlung geht raus an Savica. Testet den gerne. Kauft euch den. Und verkauft ihn wieder, wenn er euch nicht gefällt. Und dann könnt ihr innerhalb dieser 24 Tage, wo die SPC ja jetzt noch von Harit vielleicht verfügbar ist, könnt ihr ja trotzdem immer noch entscheiden, okay, ich schließe jetzt trotzdem Harit an Harit ab. Savica gefällt mir gar nicht. Aber es kann natürlich auch sein, dass am Freitag jetzt, eine Woche später, nachdem Savica rauskam, natürlich wieder, es kommt ja nochmal ein Ultimate-Scream-Team raus, vielleicht wieder mit elf Spielern, dass da wieder eine ZOM-Variante, Möglichkeit aus der Bundesliga mit drin ist im Ultimate-Scream-Team. Und dann haben wir direkt eine weitere Alternative zu Harit. Also wie gesagt, ich finde, wie gesagt, dass man sich vielleicht mit dieser Harit-Karte viel zu viel festbaut und ja, viel zu viel sich dann damit festlegt, dass man Aminarit auch benutzen muss. Und wie gesagt, unterm Strich sind es immer noch 60.000, 65.000, 70.000 Münzen, die ihr für diese SPC hinlegen müsst. Und ich bin, wie gesagt, eher kein Fan davon. Ich würde persönlich sagen, die 70.000 Münzen investiere ich dann lieber anders in meinen Squad, in Tradable-Karten. Und zum Beispiel würde ich dann persönlich, falls ich ein ZOM wirklich wechseln haben will, wenn ich einen Bundesliga-Squad hätte, würde ich mir erstmal Savica holen und den einfach mal testen. Ja, und dann kommen wir zum letzten Punkt. Ihr wisst Bescheid, ihr könnt euch natürlich bei Rivals, Division Rivals, Donnerstags immer auch untauschbare Rewards holen. Es kann natürlich sein, dass ihr dann einige 84er gerade oder auch 85er oder High-Rated-Karten, wie zum Beispiel ein Handanovic, natürlich untradable am Start habt. Falls ihr diese SPC untradable hinbekommen solltet, kann ich euch verstehen, dass ihr vielleicht sagt, okay, ich mache ihn jetzt einfach mal. Ich habe untradable Spieler am Start und gebe hier den 85er-Gradeten-Squad ab. Ich möchte euch nur noch mal kurz daran erinnern, dass es natürlich sein kann, dass nächste Woche, morgen vielleicht sogar schon, irgendeine SPC rauskommt, die viel, viel mehr Sinn macht. Denn wir haben ja hier nochmal einen negativen Punkt. Ich weiß gar nicht, ob ich das eben am Anfang des Videos erwähnt habe. Wenn ihr diese SPC abschließt, es gibt kein Pack zurück. Es gibt nur Armin Harid zurück. Das ist das Einzige, was ihr zurückbekommt. Es gibt kein Pack zurück bei dieser SPC, sondern tatsächlich nur diesen Spieler. Und für diesen Spieler, für kein Pack, gibt ihr tatsächlich diese 70.000 Münzen aus. Wenn ihr aber sagt, mit euren Untradable-Spielern wollt ihr diese SPC abschließen, kann ich das, wie gesagt, verstehen. Nur, wie gesagt, falls da mal eine SPC rauskommt, die ihr viel eher abschließen wollt, und dann seht ihr, oh, das ist auch ein 85er-Gradeten-Squad, dann regt ihr euch vielleicht auf, ah Mist, wieso habe ich denn gestern zum Beispiel Armin Harid abgeschlossen? Ich hätte gerne lieber den 85er-Gradeten-Squad jetzt hier fertig gemacht mit meinen Untradable-Spielern, aber die habe ich ja jetzt nicht mehr. Tja, und jetzt habt ihr dann Armin Harid und könnt das Ganze nicht mehr rückgängig machen. Insofern nutzt die Zeit, die 24 Tage, die noch verbleibend sind. Lasst euch jetzt öfter durch den Kopf gehen, ob ihr diese SPC abschließen wollt oder nicht. Und meine Empfehlung geht auf jeden Fall eher nicht danach aus, dass ihr diese SPC abschließen müsst. Wartet gerne auf den nächsten Spieler des Monats. Und apropos Spieler des Monats, da können wir auch nochmal kurz reinschauen. Da haben wir zum Beispiel Lewandowski am Start. Auch da habe ich euch gesagt, lasst lieber die Finger von dieser SPC weg. Er braucht nur ein Team of the Week. Und dann ist diese Karte schon wieder hinfällig. Ja, und was passiert? Ein Team of the Week-Spieler ist, ich glaube, in diesem oder im letzten Team of the Week, ist er drin gewesen. Also insofern, das nochmal zu den generellen Spielern des Monats. Und ja, dann möchte ich euch mal kurz zeigen, generell, wie das Ganze aussieht im Vergleich zu Sabitzer und Arid. Und da sieht es so aus, dass wir zum Beispiel die Ingame-Stats haben. 2.352 bei Sabitzer und wir haben 2.092, also ein bisschen weniger, definitiv 300 weniger ungefähr bei Arid. Also wie gesagt, das ist meine Meinung zu dieser SPC. Lasst mich gerne eure Meinung zu dieser SPC in den Kommentaren wissen. Schreibt ihr in die Kommentare, yo, der gefällt mir. Oder schreibt ihr in die Kommentare, nee, das ist eher nicht so meine SPC. Ich lasse die Finger davon weg. Mich würde es auf jeden Fall extrem interessieren. Ab damit in die Kommentare und wie gesagt, nicht vergessen, bei der Abstimmung mitzumachen. Und damit soll es das gewesen sein mit der Armin Harid SPC. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen weiterhelfen. Wie gesagt, ihr habt noch 24 Tage verbleibend. Nutzt die Zeit. Und wie gesagt, es geht Freitag weiter mit weiteren Ultimate-Scream-Spielern, die rauskommen. Es kommen weitere Team-of-the-Week-Spieler raus. Und ja, keine Ahnung. Deshalb bin ich eher gegen diese SPC. Und übrigens, das möchte ich auch mal kurz erwähnen, ich bin mal eben bei Footbin gewesen. Und da habe ich mir mal angeschaut, da kann man ja auch Daumen hoch oder Daumen nach unten geben. Tja, und das sind 82% Daumen nach unten. Also, die scheint auch da eher nicht gut anzukommen. Ich scheine ja damit auf jeden Fall nicht alleine zu liegen mit dieser Meinung. Insofern, ja, das nochmal kurz zum Ende. Und ja, was ist eure Meinung? Schreibt es euch gerne in die Kommentare. Und damit soll es das gewesen sein. Mit der Armin Harid SPC. Ich hoffe, ich konnte euch helfen. Wenn ihr habt, zerstörte Like-Button. 300 Likes, gefehlt sich raus. Ihr wisst Bescheid. Und mich wird es freuen, wenn wir uns dann morgen wiedersehen. Bei einer weiteren Squad-Building-Challenge. In dem Sinne, haut rein. Bis zum nächsten Mal. Euer Flo von Archie Gaming. Tschau Leute. Ichorrhoff. Tschau Leute. Tschau Leute. iernere We 경찰. Tschau Leute. Tschau Leute. Tschau Leute.